Ja, da sind wir in der 44. Splatoon-Folge auf der Makrillenbrücke und ich hab mal den Trommelschwapper zu Hilfe geholt. Trommelschwapper! Besiege sie! Okay. Ja, ähm, ich bin jetzt auch nicht der super Trommelschwapperspieler, aber... Aber, aber, ich versuch Leute zu killen und ich hab grad ernsthaft ver- äh, grad eben... Hallo? Eben, ich hab grad eben ernsthaft, ähm, nicht dran gedacht, dass man ja öfters klicken muss. Bei einem Spieler- und... Hm, irgendwie haben sich die Türen bisher noch nicht gerade sehr bewegt. Falls man das mir so sagen darf. Und hey! Ich erwisch ihn sowieso nicht mit der Bombe, aber... Oh! Ja, nice! Ich erwisch ihn erstmal perfekt und dann killt er mich noch. Ach man, immer diese Luna-Blaster. Und, noch 79? Äh, 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 ähm... Da ist doch jemand. Ehm, also nur so... Oh, ich hab grad wenig geredet. Ähm, oh! Ich bin echt nicht gut jetzt mit dem Trommelschwapper. Also es geht. Mein Skill ist... Ja, mit dem Trommelschwapper. Äh, ja. Nicht gerade gut, aber... Es reicht. Wow. Ah, ich dachte, er ist weg. Ähm, ein Gegner, Rasha. Ach, hä, das ist doch auch ein Gegner. Irgendwie hat der mich gerade nicht richtig getroffen. Ich dachte, der schießt auf den anderen. Es war gerade dumm. Ich weiß, ob der ein gelbes T-Shirt an ist. Kann ja sein, dass er gelb ist. Oder auch nicht. Aber... Ja, und ich habe irgendwann das Gefühl, dass ich wieder angerufen werde. Ich habe zwar gerade... Äh... Ja. Das war gerade das Thema schon nicht im Raum, aber... Ich habe trotzdem das Gefühl. Und... Ähm... Ja, also, nochmal... Entschuldigung, falls ich jetzt in diesem Part, ähm... Nicht so gut bin, weil ich den Trommelschwapper gerade eben benutze. Ja. Also es soll nicht heißen, dass der Trommelschwapper schlecht ist, um Gottes Willen. Nein. Aber... Ich bin jetzt nicht der beste Spieler mit dem Trommelschwapper und... Ja. Deswegen, Entschuldigung, dass ich jetzt halt nicht gerade gut spiele. Und... Oh mein Gott, was ist hier los? Wieso? Soll ich mir auch mal den Dünneroller spielen, oder? Ich meine, der rasiert ja hier gerade eben jeden. Ja. Und wir liegen zum Glück immer noch vorne. Und... Bombe! Hallo? Oh! Na, danke. Dann ist er natürlich genau neben mir und kann mich kennen. Oder mit der Gallung könnte ich auch spielen. Ach, egal. Gut. Jetzt in dem Part benutze ich auf jeden Fall mal den Trommelschwapper. Und ich hoffe, dass wir die noch aufhalten können, bevor sie zu weit... Oh! Wow! Hallo? Mann! Wieso... Der Luna Blaster ist in dem Modus zu gut. Es ist... Ja. Schade. Dass die Blaster so gut sind. Weil... Sie halt echt... Weil man viel zu einfach mit ihnen killen kann. Komm. Und wie hast du mich gekillt? Ich will es gar nicht wissen. Und jetzt dürfen wir wieder vorpushen, um es auszugleichen. Aber wir haben nicht gerade viel Zeit. Das heißt, ja... Noch 30 Sekunden, wenn wir dann... Nicht den Turm haben... Ja, es ist vorbei. Und wenn... Schon. Dann haben wir so gesehen noch eine... Zeit. Wo wir es noch versuchen können. Dankeschön. Och Mann. Das ist einfach der Typ mit seinem Blaster. Er schießt einfach auf den Boden und killt. Hey. Geht drauf. Geht drauf. Egal, ob wir verlieren oder... Wir müssen auf den Tower. Du darfst nicht runter. Nein. Ich habe versucht. Entschuldigung, Team. Ich bin gerade echt überflüssig. Nein. Nein, nehmt ihn wieder ein. Nimmt ihn wieder ein. Komm. Komm. Er darf nicht bei den Gegnern sein. Komm, nehmt ihn ein. Tragt ihn ins Ziel. Wir können es gewinnen. Ja. Wir haben es gewonnen. Boah, diese Runden sind echt knapp. Also, vom letzten Part waren die auch... Wäre knapp. Gut. 47 zu 46. Ja, und ich nehme ein paar Parts jetzt gerade eben wieder hintereinander auf, deswegen nicht wundern. Ja, wenn... Hm, 5 zu 10. Ja, wenn die gleichen Maps sind. Und plus 10. Okay. Okay, ich hoffe, wir schaffen noch Rang B plus im 45. Part dann. Also, jetzt geht es ja noch weiter, aber jetzt werden wir es auf jeden Fall nicht mehr schaffen, weil dafür bräuchten wir jetzt noch zu viele Punkte. Okay, bis gleich. Ja, da sind wir schon wieder auf der Makrelenbrücke. Makrelen, Makrelen, Makrelenbrücke. Und übrigens, falls es euch interessiert, ja, was so die Ausrüstung ist, mit der ich halt die Videos kommentiere und so. Also, Popschutz, Mikrofon, etc. Dann könnt ihr einfach mal in die Beschreibung gucken. Da ist alles verlinkt. Hm. Ähm. Ja. Okay, 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 okay. Wow. Wieso wusste der, wo ich bin? Naja. Egal. Ich hab einfach gesehen, wie ich ja weg bin. Und dann wurde er aufgefüllt. Cool. Okay, 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 okay. Ja. Dank. Wow. Das war... sehr knapp. Und ich hab keine Tinte, was... ein großer Nachteil... sein könnte. Oder... ja. gewesen sein könnte. Und da wartet doch schon wieder... Wieso ist jemand hinter uns? Dankeschön. Wieso ist einfach bei uns? Okay. Ha. Oh. Hallo. Gut. Gut, 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 gut. Der Tumme hat sich noch nicht gerade weit bewegt. Aber noch führen wir. Und das war dumm. Oh. Hätte ich jetzt noch... Wow. Nein, einfach nur nein. Hätte ich jetzt Tinte gehabt. Mann, ich hätte vielleicht sogar zwei Leute klingeln können. Einmal den. Mit dem Roller und den. Der wurde glücklich. Er hat... Killed. Nein, er hat unseren gekillt. Gut. Was heißt gut? Natürlich nicht gut, aber... Ja. Was willst du da oben? Da oben... bringst du... unserem Team leider relativ wenig. Wie bin ich gerade der Bombe ausgewichen und habe überlebt? Hallo. Ich hoffe, das hätte nichts ausgemacht, dass ich dich einfach mal besuchen will. Kommendieren. Oh. Ja. Äh. Oh, hallo. Der Nächste, der... dich besuchen will. Ha. Hallo. Ja, falls ihr wollt. Hier sind Bomben für euch. Lasst sie euch schmecken. Nein, der snipet mich nicht weg. Das sehe ich nicht an. Der ist gerade einer... Das kann einem von unserem Team oder einer von deren Team über uns über mich gelaufen. Und das ist schon wieder diese... Eine Sniper. Ich wollte gerade eine Bombe zu dem werfen. Dann möchte ich einfach der Typ mit seinem Dual Platsch erledigt. Aber wir führen zum Glück... Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass sie den so weit vorbekommen haben. Nein. Da ist niemand mehr. Zum Glück. Ähm... Tun bewegt sich gerade eben zu schnell. Oh. Was habe ich gerade hier veranstaltet? Oh, hallo. Mann. Wofür ist denn mein Platscher gut, wenn er... Ja. Nicht darüber attackiert. Und hallo. Oh. Ja. Ja. So. Der mich einfach weg ist. Schade, schade, schade. Komm, Sniper. Wir brauchen dich. Hilf uns. Unterstütze uns. Und der steht in unserem Sporn. Du machst nichts. Hallo. Klopp. Squiddancen hilft uns wenig. Geben dieses Team. Der Verdammnis. Oder auch der Verzweiflung. Aber vielleicht ist Squiddancen auch eine Lösung. Eine Lösung für alle Probleme. Haben wir gewonnen? Ich weiß nicht. Haben sie... Also, von der Sass aus, wir gewonnen haben. Ich habe dann leider nicht mehr auf die Punkte geachtet. Aber... Wir haben gewonnen und sind weiter hochgekommen. Gut. Also, vielleicht schaffen wir es doch noch nicht im nächsten Part. Ich dachte, dass wir jetzt noch drei Folgen in diesem Part machen können. Dass wir jetzt drei Runden machen können. Ja. Gut. Aber dann mache ich jetzt noch zwei, weil sonst wird der Part zu lang. Ja. Oder? Ach, ich mache noch eine. Ich mache noch eine. Ich wollte hier jetzt gerade eben schon abmoderieren. Abmoderieren. Alles klar. Abmoderieren. Aber ja. Noch eine Runde. Bis gleich. Ja. Dann jetzt in der letzten Runde auf dem Koffer verschlägt. Gut. 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 Und wir haben wieder diesen... Well. Im Team. Und gerade eben hat er... Glaube ich am Ende zumindest nicht mehr so viel gemacht. Davor weiß ich es nicht. Äh, ja. Hallo, Bombe. Wow. Das war sehr risky, was du... Dankeschön. Wow. Wieso kommt da jetzt einer direkt? Oh, ja. Ich dachte, da wäre noch keiner, weil der halt nicht angezeigt wurde. Aber der ist wahrscheinlich gerade in dem Moment gestorben, wo es aktiviert wurde. Und dann ja. Nein. Du snipest nicht. Also doch, du snipest. Dann bist du halt nicht weg. Wow. Ey, ich wollte eigentlich gar nicht einen Taucher einnehmen. Das müsst ihr mir glauben. Ihr habt keinen Grund, mich zu töten. Ich wollte den Taucher nicht einnehmen. Hey. Ich hab doch gesagt, ich will den... Äh, ich will. Ich wollte den Taucher nicht einnehmen. Gut, aber ich wollte dich töten. Okay. Na. Voll jetzt lieber, dass du mich jetzt killen wolltest. Gut. Und immer diese Spürbomben, die so richtig weit vorkönnen. Wow. Na, sicherlich. Dankeschön. Bin ich genau in meinen Tod rein. Okay. Nein. Komm. Hälte ihn auf. Bitte, Sniper. Tu was. Aber bitte für unser Team wäre ganz cool. Und der Sniper snipe. Weil, wie es seine Aufgabe ist. Aber er steht zwischendrin immer wieder rum, was mir nicht gefallen will. Und was machst du... Was tust du da? Wow. Weil, boah, ich glaub, du bist nicht nett. Oh. Was suchen die da? Mann. Wieso müssen sie mich aufhalten? Und der hat grad irgendwie ein bisschen rumgeglitscht mit dem Turm. Ja. Wurde vom Turm gegeben jemand gekreist. Wurde er weggeglitscht. Nein. Nein, ich weißt du doch, da kommst. Wieso? Wolltet ihr euch grad... Wolltet ihr euch grad ernsthaft selbst attackieren? Danke. Okay. Eieieieiei. Riskante Angelegenheit. Ich wollte ihn noch grad eben töten. Schade. Okay. Gut, dass der dir noch mitgenommen hat. Wolltet ihn sicherlich. Und wir sind knapp hinten. Noch zwei Minuten Zeit, um das auszugleichen. Alles klar. Ich hab keine Tinte. Nein. Okay, okay. Wie hat der mich sogar noch von da hinten erwischt? Also ich bin extra schon ein bisschen weiter weggegangen, dass der mich nicht mit seinem Platscher killt. Aber... Und wieso... Wieso kommt man in die Hälfte unseres Teams und killt uns dann? Mann. Das ist nicht nett. Und bitte haltet sie auf. Komm. Wir wollen auch noch vorpushen. Nein, ihr zerstört den Traum von Road to Rang S. Wenn ihr so weitermacht. Zumindest haltet ihr ihn auf. Ist genauso schlimm. Ich wollte doch noch Rang S werden. Nein. Natürlich. Genau wenn ich meine... Genau wenn ich meine Ulti-Einsatz werde ich gekillt. Was mir nicht gefällt. Alles klar. Natürlich. Komm mal direkt in unser Haus. Soll ich dir gleich noch eine Wohnnummer sagen, damit du mich auch noch so besuchen kannst. Falls dir das nicht reicht, dass du mich schon endlich in den Tum besuchst. Nein. Nein. Dieser Platscher. Der hat eine zu hohe Reichweite. Komm, jetzt bin ich gerade eben so vor. Ja, okay. Verlieren wir. Es hätte nicht sollen sein. Nein. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Und wir haben verloren. Nein. Schade, 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 schade. Und wir werden es jetzt wahrscheinlich echt nicht im nächsten Part schaffen. Ach man. Wäre cool gewesen. Und, ja, neun, vier, zehn Tone. Ja. Gut war aber trotzdem die beste Cardi aus unserem Team. Obwohl sie eine negative war. Naja. Also irgendwie leveln wir hier in Roto. Eines mehr als wir aufsteigen. Okay. Gut. Dann. Ja. Hab noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ja. Und bis zum 45. Splatoon-Part. Übrigens, 44. Part. Schöne Schnapszahlen. Okay. Bis zum nächsten Part. Tschau.